Sooo... Äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, Hauptquest, genau. Äh, ich muss dort hin, ne? Und ich muss die neuen Fähigkeiten testen, ne? Ähm, gebt mir mal irgendwas zum testen, bitte. Äh, die sind zu weit weg, ich muss in die Richtung. Das war ein schwacher Jedi. Boing, boing, boing. Ich bin ein Hologramm. Ja, ich geh weiter. Klein Robi hat sich beschwert. Oh, hier, kann ich testen. Äh, die 5. Wow, 4. Wow. Die 1. Und die 2. Cool. Okay. Okay. Fetzt. Aber das sind schöne Fähigkeiten. Ich überlege, ob ich diesen Machtsprung tatsächlich wegnehme dafür. Okay, die Taste ist für nix. Die 7. Okay, die kommt auf die 6. Die war cool. Äh, die kommt tatsächlich auf die 6. Die war cool. Äh, die wiederentdeckung von Typhoon. 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 Keine Ahnung. 2. 3. 6. Geil. Komm ich. Komm mal her, Robi. Kann ich nicht auf dich... Ich kann nie auf dich durch. Scheiße. fünfen Cool. Ey, der ist grün. Uh. Erstmal das da. Kann ich das öffnen? Na, kein Nutzen. Okay. Gravierte Urne. Aber das hier zieh mal an. Kann ich das verkaufen? Erfordert mir noch Rüstung. Ich habe das blaue hier. Erfordert. Stufe 1. Ich glaube, das ist eins, was ich nicht verkaufen kann. Also machen wir das mal so. Die erfordern Stufe 5. Die sind dann besser als meine sogar. Cool. Ähm, ich muss in die Richtung. Okay, warte mal. Die 3 ist jetzt der Machtsprung. Die 4 ist diese Fähigkeit. Der springt hoch, landet auf dem Boden und macht Damage. Wäre es nicht besser, wenn ich die 3 auf die 1 lege? Ach, ich lasse dich erst mal so. Scheiß drauf. Ähm. Dahin muss ich. Also, ich muss doch hier lang. Irgendwie. Oh, ich sollte vielleicht mal. So. Da ist er. Ist das was zum Aufdecken? Nööö. Natürlich nicht. Ich betrete den Story-Bereich. Nochmal gut, ne? Nee. Alter, ich muss hier echt mal klarkommen mit den ganzen Tasten. Das ist so lange raus, als ich auf der Sift-Seite gespielt habe. Neue Schüchen. Das sieht man natürlich gleich an. Und bei denen hier weiß ich, das waren noch die Standard-Schuhe von Anfang, die kommen weg. Äh, einfaches, geringes. 1,30, 1,30, bis 325, bis 325. Äh. Warum gibt's da Unterschiede? Ist ja dumm. Ist ja dumm. Hier gibt's nichts zum Anklicken. Oh, ne. Okay, den Angriff stoppen haben wir gerade abgeschlossene. So, die sind down. Äh, was gibt's denn hier oben? Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Yomahata-Chi-Wan-Chi. Ayiti-Hupi. Weil der Orden sich entwickeln muss. Und ihr seid schwach. Hört sofort auf, das geht, was geht hier vor, wenn ihr kämpfen wollt, kämpft mit mir. Was auch immer euer Problem ist, ich bin hier, um es zu beenden. Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Ja. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Kann ich mich euch anschließen? Gebt auf. Nein, ihr seid am Ende. Oh, scheiß. Das ist jetzt eine schwierige Wahl. Ich würde gerne wissen, was hier passiert. Als wenn ich mich denen anschließe. Ich glaube nicht, dass ich dann gegen die Jedi of Typhon kämpfe. Aufgeben. Ja, gut. So. Ich werde jetzt auch ein wenig säubern. Hehehe. Geht es euch gut? Geht es euch gut? Dank der Macht. Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Er hat den Angriff auf das Trainingsgelände angeführt. Er nannte die Fleischräuber seine Soldaten. Ich habe den Rat gewarnt, dass diese Eingeborenen keine primitiven Tiere sind. Entschuldigung, ich mache den Kaffee auf. Dieses Lichtschwert. Es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Beeindruckend. Die Macht war mit mir. Wie immer. Verwechsle Selbstsicherheit nicht mit Arroganz, Padawan. Deine Lehrer hätten dir den Unterschied beibringen sollen. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Ich bin nicht arrogant, ich bin übermütig. Das ist ein großer Unterschied. Und das will ich auch können. Das sollte sie erstmal fernhalten. Ich möchte lernen, wie man das macht. Du musst nur ein paar Jahrzehnte lang üben. Dann hast du es im Handumdrehen raus. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medi-Center bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Dieses Tal ist noch nicht sicher. Ich habe kein gutes Gefühl, dabei zu gehen. Wir haben Jedi-Ritter hier, die sich um die letzten Angreifer kümmern. Du wirst woanders gebraucht. Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinaus führt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich, Doc. Alles klar. Wir sehen uns. Gibt es hier echt kein Loot? Das ist aber lame. Also, ihr zwei habt Schaden bekommen. Von was? Ach, ach, du. Ach, du Heimatant. Kann ich so spielen? Ich glaube nicht. Ich gebe dich zum Jedi-Tempel. Moin Moin Darko. So, der Jedi-Tempel ist dort. Booster! Oh, ich sehe dich! Wie yes. Ich bin dieser spell, wo die Ali-Tempel ist, aber positiv ist es. Ich bincé mit mir것도 befindet. Das war mir heute. Du kannst ruhig reden. Das gleiche Problem wie gestern. Du kommst und bist sau leise. Vielleicht rede ich am Anfang einfach leise. Ist das so? Ja. Ja dann, ich rede einfach so leise am Anfang. Ah, da hin muss ich. Ich musste immer nachdenken. Was hast du denn schon? Keiß Namen. Was habe ich? Das keine Namen? Wie? Welchen? Den Namen? Das ist der Titel. Ein Kack-Namen? Oder der Titel? Nein. Ein Kack-Namen ist der Name und der Erhaben ist der Titel. Warum steht dann hier ein Kack-Namen? Oder der Erhaben? Ja, der Erhaben ist der Titel. Den könnte ich schon wieder weg machen. Ich wollte aber, ich hab Bock drauf. Wobei der Erhaben eigentlich gar nicht stimmt. Ich bin eher so der Droff-Gänger. Ja, mein Name gab's natürlich wieder nicht. Ich hab jetzt keine Ahnung was. Darko der... Keine Ahnung mehr. Entschuldigung. Ah, besiegelig Fleisch-Röberschleicher... Wenn ich dich kenne, auch jede Nebenquest, natürlich auch. Äh, bis jetzt, die, die sich haben zeigen lassen, ja. Und... noch einen. Äh, die Schuhe sind... Rüstung 31, Wert 14, Rüstung 15, Wert 16, Hauptwert 31, Rüstung. Ich würde Beherrschung und Ausdauer verlieren. Ne, da bleibe ich bei denen, die ich jetzt habe. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Schlechter als meiner. Könnte schön aussehen. Was gibt's denn hier alles? Ich bin ein Stein. Das ist nix. Schade. Kann man auch nicht interagieren. Ich will eine Lichtschwert-Axt haben. Ich muss echt überlegen, ob es das gab. In Legend auf jeden Fall. Ich weiß, dass es eine Lichtschwert-Peitsche gab. Von der Axt. Eine Peitsche gibt's ja. Auch im Corner. Vor allem... Irgendwie erinnere mich das ziemlich. Es ist gefühlt dieselbe Bauweise, wo du gerade bist. Wie beim Sith-Teil. Kann gut sein. Ich weiß doch, Gordon, was bei den Sith alles war. Wie lange ist das denn jetzt her, dass sie dort gespielt hatten? Ein Jahr? Bestimmt. Und? Ich dachte nur ein halbes Ohrmittel. Neee. Es sind ja knapp zehn Projekte dazwischen gekommen. Und? Und Valheim kommt ja nur alle zwei Tage. Da bin ich jetzt bei Folge 95, die ich heute veröffentlicht habe. Kannst du rechnen, sind das schon mal 190 Tage. Dann kamen noch eh noch zwei Minecraft-Projekte dazwischen. Ach doch, es kommt ja im knappen Jahr. Hab ich jetzt gegen Star Wars mal gespielt. Haben wir nicht so extrem vor. Muss ich sagen. Hallo, Arwen. Friede sei mit euch. Ich überbringe euch eine Nachricht von den Meistern des Tempels. Wollt ihr vielleicht kurz innehalten und meine Nachricht anhören? Sicher? Ich habe einen dringenden Auftrag. Ihr redet seltsam. Auf jeden Fall, mein Freund. Reden wir. Ihr erweist mir eine große Ehre. Euer derzeitiger Auftrag ist sehr wichtig. Aber die Meister möchten, dass euch nicht entgeht, was der Tempel bietet. Wenn ihr Zeit habt, geht zu Meister Moheda. Er wird euch in den anderen Fähigkeiten der Jedi unterweisen. Wow. Okay, die fliegt. Das will ich auch können. Bist du jetzt eigentlich schon online? Ich bin online, ja. Ich stecke aber in Dingsbums drin, in dem Gespräch. Ja, ich muss nur... Oh Gott, wie war denn das? Mit spät aber gleich machen. Ich muss sowieso eine Frage stellen, sonst muss ich mir einen ganz neuen Charakter stellen. Dein Charakter ist Level 5, mein Uralter ist Level 9. In Ordnung oder soll ich von vorne anfangen? Wie weit bist du denn bei dem Level 9er? Da, wo du warst und noch eine Quest weiter. Also ich war in dem Tempel da schon drin, ohne dich jetzt zu spoilern. Und dann bin ich hier jetzt in der Stadt. Ja, dann nimm den. Außerdem. Du bist, wenn ich heute wiederkomme, bist du sowieso nicht mehr auf dem Planeten. Doch, doch, ich denke schon. Und wenn das wie bei den Sith ist, so ausgeprägt mit den Quests, dann... Nebenquests auf jeden Fall. Ich habe ja... Alleine dieser stattet schon 4,5 angenommen. Ich mach die alle, ne? Weil ich grad wegen, ähm, Freude zu führen geguckt habe, a la müssen wir wieder in der Nähe sein. Ähm, ich bin jetzt unten vorm Eingang. Da laufe ich gerade die Treppen hoch. Oh, dann bist du auf dem anderen... Ach, ne. Ne, da oben bist du. Du hast zwei Lichtschwerder. Ich hab einen anderen Charakter gewählt. Darko, der Rächer. Frag mich. Darko, Darko, Darko... Das gab alle nicht. Warte mal, ich krieg grad eine Übertragung. Padawan, ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi. Ich würde mich gern unter 4 Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit, Meisterin. Was ist euer Anliegen? Das ist kein Gespräch für einen Komm-Kanal. Ich hab's nur ne Gruppe eingetan. Ich hab's nur ne Gruppe eingetan. Ich hab... Dann klick mal links auf meinen Namen, rechts klick machen. Ja. Und ich glaub zusätzliche Befehle. Und dann kannst du mich als Freund hinzufügen. Eine Freundesliste hinzufügen. Du bist jetzt mit AKP befreundet. Genau. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich aus der Gruppe wieder rauskomme. Ja. Da mag man mir nicht sehen. Spieler inspizieren. Oh Gott, bist du ein alter Sack. Ja, ich hab schon ein paar Namen. Hast du Namen? Kann ich gar nicht sehen. Äh... Ja. Ne, nur so klein übers Gesicht. Ey, warte mal. Werf mich erst mal aus der Gruppe raus. Sehr schön. Achso. Muss ich jetzt? Ja. Na, ich suche jetzt einen Ausbilder. Mal wie er gibt es ein. Ich guck mich sowieso, dass wir hier drinne komplett wohnen. Gibt es echt keinen Ausbilder? Achso. Boing. Boing. Yeti Flummi. Bitte bescheid, wenn du einen findest. Äh... Hier ist zugesperrt. Die Cantina. Ein Chuba da Maxa. Verkaufen. 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 Die kann ich auch verkaufen. Gut. Wormitoppi. Schön, dass Tempel. Wenn es hier kein Ausbilder gibt. Okay, da muss ich rein. Da geht die Story weit. Oder möchte ich noch nicht rein. Ähm... Was ist das? Kann ich mich hier hinsetzen? Hä? Kann ich mit ihm reden? Du... 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 Das Schild hab ich auch entdeckt. Ja, drüben in den Dingern gab's... Was suchst du? Ausbilder? Hm? Ich hab hier zwei. Meister Wettel, Jedi-Botschafter. Meister Muhat, Jedi-Ritter-Ausbildung. Ah, ich hab hier auch einen gefunden. Das hätte man ein bisschen gern mit jemandem gespurt, hier hast du ihn. Jetzt hab ich den gekurvt, shit. Äh, tritt bis zu acht Feinden innerhalb von fünf Metern. Hä, hatte ich den nicht schon? Acht Gegner innerhalb von fünf Metern? Ach, das war was anderes. Okay, visionär, generiert einen Fokus, egal, wird geholt. Wir können jederzeit zusammen üben. Ähm, die sind dann, äh, wenn du hochgehst. Und vor dem Eingangstor zum... Was ist denn das, Tor? Da, wo ich dieses kleine Schild entdeckt hab. Da ist so ein Tor, was man anklicken kann, wenn du von dem aus links rumgehst. Okay. Ähm... Hier ist ein Merkmal. Meister Strayen. Ich dachte, das wäre eine Frau. Ne, falsch, hier gab's noch einen Weg. Ich spreche mit Meisterin Satil-Shan. Ich kenn dir ihre Oma... ...oder Ur-Oma. Die Bastila-Shan. Die Oma oder Ur-Oma von der Meisterin, äh, Satil-Shan. Die kommt aus, ähm, Knights of the Old Republic. Ne, kenn die nicht. Lame. Glaub ich jedenfalls. So, Waffenhändler, gib mir ein neuer Schwer... Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. 28, 51 macht mir EIN-Damage mehr. Außerdem, glaube ich, du hast die Klasse Jedi-Ritter gewählt, oder? Hüter. Ach, Hüter sogar. Ich bin Wächter. Wow. Das ist aber Club Jedi-Ritter. Das ist ja dann auf Hüter und... Ich bin Wächter und Upgraded auf Wächter, ja. Und du auf Ritter und dann Hüter wahrscheinlich. Hm, leichtes Florette, Stellvertreters. 30 bis 43. Das gönn ich mir. Und das verkaufen, und das kann ich nicht verkaufen, also zerstört. Hat mich sehr gefreut. So. Was haben wir hier? Rüstungshändler. Da brauche ich erstmal nix. Was haben wir hier? Ja, unten leuchtendes Etwas. Okay, der leuchtet. Wiederaufbau des Jedi-Rotens ist uns... Cool. Cool, cool, cool. Da hab ich jetzt was. Dann gehen wir dahin. Ja. Und wir schauen. Okay, was ist das? Ansonsten und zwei? Okay, okay. cannon. Das ist... Okay, bitte. Okay, ich war. Okay, ich war. Okay, ich habe da. I came aus. Okay, ich war. Willkommen, Padawan. Überall im Tempel hört man schon von eurem Helden Mut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Ich habe gewonnen. Das ist alles, was zählt. Gewalt kann selbst die erfahrensten Jedi aus dem Gleichgewicht bringen. Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Darum gehen Jedi-Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Ich bin stark genug zu widerstehen, um in seiner Feindschule ruhig zu sein. Was, das scheint mir unmöglich. Ich bin stark genug zu widerstehen. Ich kann meine Gefühle kontrollieren, ganz egal, womit ich konfrontiert werde. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Okay. Ähm, ich habe eine Frage. Ja? Warum sieht bei der Bastilla Schahne in ihrem Raum bei der Statue unten das Symbol aus wie eine Gebärmutter? Was? Warte mal. Komm mal her, Corellia-Dings-Bups. Guck mal in den... Ja, ich sehe es. Okay. Das sieht halt wirklich aus wie eine Gebärmutter. Ähm. Ja. Gut. Kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Ich erkenne ja nur eine Gebärmutter, es tut mir leid. So, jetzt habe ich mir ein Schwert gekauft und ich habe ein besseres bekommen. Warte mal, kann ich? Nebenhand. Nicht dort, ein Schwert drauf. Ungültiger Slot. Okay, nee, geht nicht. Schade, ich dachte, ich könnte tricksen. Alter, hier hat einer rumgepackt ohne Ende. Vielleicht das Internet gibt es auch hier. Das ist ja einfach nur Kott, indem ich aus der mit seinem komischen Kreis drumherum die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, und wir machen mal weg. So, dann gehen wir mal in den Tempel hier rein. Ach, in den Rad. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enttönt. Äh, hier ist definitiv Dunkelheit. Das hat mich verpasst. Wem sagt ihr das? Der Feind, dem ich mich stellte, wollte den Jedi-Orden vernichten. Viel dunkler kann es nicht werden. Na, das hat den Raum jetzt aufgehellt. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Dies sind Meisterin Kiwigs und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Es ist bedauerlich, dass wir so weit verstreut sind. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Jetzt nicht mehr. Ich habe sie kaum über Nacht verändert, aber ihr Anführer ist tot. Wenn niemand sie organisiert, sind sie nur hirnlose Wilde. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Taisons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orgis, ihr habt seit Kurosan keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihm. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Lieblingsfarbe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen. Die Ausbildung kann warten. Ich auch nicht. Ich schon euch selbst. Natürlich, ich werde erlernen. Wenn ich so etwas Besonderes bin, sollte mich dann nicht der allerhöchste Jedi ausbilden? Meine Pflichten dem Orden gegenüber gehen vor. Und unterschätzt Meister Orgis nicht. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus, wir treffen uns dort. Na dann, unten hat er gesagt. Ähm, hier war doch noch irgendwo was. Dort, tägliche Heldenmission. Da loonsten wir mal rein. Ähm, hier rum. Ah, hier, okay. Ähm. Kammer des Redens. Mission annehmen. Wirkt die Energiezellen. Ja, cool. Also, no. Werden wir schon hinkriegen. Achso, ich muss erstmal hier was holen bei dem. Ich bekomme ja neue Ausrüstung. 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 Äh. Was? Ist das nicht ein bisschen zu pompös? Also, wir passen ja locker. Eins, zwei, drei. Wenn man sich zusammen catcht, vier Leute drauf. Diese verfluchten Ratstreffen. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass mein Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Ha, 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 alles klar. Ich unternehme lieber etwas gegen Probleme, als über sie zu diskutieren. Dennoch gibt es Momente, in denen Reden das Richtige ist. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr mehr über die Sache wisst, als ihr mir sagt. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, aber das ist alles. Wenn ich mehr weiß, sage ich es dir. Vertrau mir. Wie kann ich euch vertrauen, wenn ihr mir nicht traut? Ich vertraue dir. Ich will nur lieber verlässliche Antworten, statt einfach drauf loszuraten. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber. Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Äh, ja. Die Republik sollte den Jedi keine Vorschriften machen. Ich habe vergessen, wie beeinflussbar ein Padawan sein kann. Vergiss nicht, die Jedi existieren, um der Republik zu dienen, auch wenn wir anderer Meinung sind. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Wenn die Twi'lek ihr Wissen nicht teilen wollen, wie weit darf ich sie treiben? Treibe sie nicht. Überzeuge sie. Zeig diesen Leuten, dass wir hier sind, um zu helfen. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Ich soll eine Basis errichten? Was ist denn das? Brauche ich nicht. Weil ich soll ernsthaft eine Basis errichten? Okay. Hört sich auf jeden Fall schon mal geil an. Ei. Ah, dann nicht. Was ist denn das hier? Oder ist das... Ach, das wird da rüber sein. Ah. Alter, diese Empfindlichkeit der Maus. Das kannst du kein Game antun. Boing. So. Ähm. Kann man das reden? Heide ich will. Zum Haus der Matriarchin. Ich möchte erst mal dort hin. Tatsächlich. Da hin. Ähm. Hier, gepunkteter Pfad. Dem muss ich folgen. Oder auch nicht, weil er hier aufhört. Oh. Wie war das so? Das kann man ja noch von der SIF-Seite. Das kann man ja jetzt machen. Da. So. nicht. Geringes. Der verkauft uns geringer. Gut. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, ja. Alles gut, mein Freund. So, die greifen mich ja nur an, wenn ich sie angreife. Okay. Jetzt muss ich gucken, welches Level habt ihr? Ach du scheiße, Level 7. Ach scheiße. Okay. Diese Quest werde ich noch nicht machen. Nee. Definitiv nicht. Definitiv werde ich die noch nicht machen. Alter. Wo, 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 wo bin ich hingeraten? Holy Shit. Die sind mir hier alle ein bisschen zu stark. Ah, Hilfe. Äh. Scheiße, renn ich überhaupt richtig? Die sind nur Level 6? Warte mal, die sind nur Level 6? Die sind nur Level 6? Ah, okay. Okay. Okay, also die sind nur 7. Warum sind die 6er leichter als die 7er? Klar, eh ein Level-Unterschied, aber... Hä? Muss ich das verstehen? Okay, das ist rot. Was? 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 Warte, was? Das tut mir leid. Alter, das hört sich lustig an. Alter, das hört sich lustig an. Alter, das hört sich lustig an. Oh, was war das denn? Warte mal, das ist doch... Oh, Lebensanarki heilen. Cool. Boah, die 7 ist ja geil. Holy Shit. Sturmhieb. Machtschwung. Machen wir das so? Oh. Okay. Okay. Holy, Alter, diese Geräusche. Die sind so geil. Die sind so geil, die Geräusche, ey. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, scheiße, ich schwitzen vor Lachen. Oh, scheiße, ich schwitzen vor Lachen. Oh, scheiße, ich schwitzen vor Lachen. Wow, du sollst mir Fleisch geben. Ich hab ne neue Hose tatsächlich. Ausrüsten. Das ist die Standardhose. Die wird vernichtet. So. Da ist der nächste. Da ist der. Da ist der. Da 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 da. Oh, hier kommen ja noch mehr, da kommen ja noch mehr. Hä, was war das? Was ist das? Machtstärke, achso. Ähm, ich muss da hin. Du stehst nur dabei im Weg. Jetzt stehst du mir nicht mehr im Weg. Jetzt ist die Frage, komme ich hier... Irgendwie... Kann ich... Aus, links, ne? Ooooooooh! Sa... so wo ist denn dieser ist der meister dann gehen wir doch mal rein sprich mit kreis da quill meister külp ein fleischräuber so stellt die macht meinen einsatz für die hilflosen dieser welt auf die probe ihr habt das richtige getan lasst es hier bei mir ich berufe den rat ein damit eine entscheidung getroffen wird was wir damit tun okay woanders die anfangs ich glaube ich glaube das waren die anfangsteile tatsächlich okay so der jedi ordner gebärmutter ja ja dahin jena ehe spieler inspizieren stufe 71 warten sie die untersuchung und produktvorschläge 5.000 ich kann das nicht verkaufen scheiße sie sind einsatzbereit kehren sie auf ihren posten zurück ich grüße sie ihnen stehen folgende ruten zur verfügung was kalikuri dorfkleider frontlager passen sie auf sich auf gleich wieder da Mann, 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 es tut mir leid, es hat gerade geklingelt, weil ich für den Nachbarepost angenommen habe. Ähm, ja, hier muss ich auf jeden Fall jetzt her. Ja, da gucken wir mal, gibt es hier was besonderes, wo sind eigentlich meine Freunde, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, ähm, 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 da, da ist, äh, Robi und Clydie, äh, ähm, ähm, melden Sie Ihre Beschwerden. Was? Oh Gott. Was haben wir hier? Die reden miteinander. Warte mal, Padawan? Wie Teron. Ach, das sind Spiele, ah, okay. Oh, was haben wir hier? Zusatzliche XP... Waffenhändler, Rüstungshändler. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Das glaube ich dir. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Meins ist besser. Okay. Okay. Aber da gibt's... Hä? Moment. Welche gucke ich denn jetzt an? Die da. Was ist denn dann das da unten für ein Quest? Das muss ja irgendwo hier sein. Da ist es. Ja gut, mit dem werden wir gleich reden. Ich mach jetzt kurz mein 5 Minuten Päuschen. Und bin gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal.